Musik Herzlich willkommen zum allerersten Stadionvlog in der neuen Saison zum Spiel A gegen Bakti Das ist ein hoher Lauter in das Menü gehört, wahrscheinlich Egal, kannst du gerne mal die Tipps sagen? Genau, also ich habe jetzt ein 3-1 getippt, aber ich sehe sehr viele auch von den Zuschauern gehen ins Insight als Tipp Tippe ich mal ins 4-2, eine spannende durchreiche Runde, hoffe ich auf jeden Fall Wie ihr habt es mir schon gesehen, ich habe auf Instagram schon getippt, habe ich jetzt 3-3 getippt Finanziell, den die A gegen Bakti wahrscheinlich anwesend haben Und dann sieht man, ob man dreifacher Kader wird, wie der FC Baden Bin ich gespannt, wie ich spiele Und das ist der erste Abpfiff in der neuen Saison zur ersten Halbzeit Ich habe mich für unser Leadingpartner vom FC Arau wünscht So flach links Oh, definitiv Das ist Grün. Total Grün. Lach wieder. Jetzt zieh der Flach. Nein, links ist weg. Die nächste A-Tift zur zweiten Halbzeit. Gerechtig ist die Trainingpartner von Mecklenburg. Wir stehen auf. 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 Wir werden mit China stärker dieser Huerte fahren. A-Tift. Vielen Dank. Vielen Dank.